ein wunderschön guten tag hier auch meinen kanal ja heute spielen wir mal wieder ein bisschen mystery los und damit Leute ihr könnt echt nicht sehen ich weiß so ein kleiner Fehler von meiner Seite möchten sie wirklich bettenden nein fortfahren so spielen sie weiter das tun wir sehr sehr gerne und wir haben das ja letztes Mal sind wir ja bis hierher gekommen zu Level 13 wer von euch erinnert sich noch daran ich noch ein bisschen und ja ich würde mal sagen los gehts Leute echt nicht weiter so wow so dann machen wir doch mal weiter ähm ich wollte mal Facecam dann werden wir echt mal zeigen so hier ist mal die Facecam mit dabei ähm ja ich freue mich sehr 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 ähm wir spielen mal das erste Spiel das Level 31 geht weiter Level 31 machen sie alle Züge und da kommen wieder die Geister juhu 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 ah ich liebe das Spiel ich hab das lange nicht mehr gespielt juhu 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 ich Thanh nächsten Folge echt bearbeiten. Das war dann ein Fehler von meiner Seite. Tut mir auch dann leid. Uh. Uh. Juhu, juhu, juhu. D, 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 d. So. Uh. Und wamm und weem und wumm. Und wamm, pum, pum, pum. Juhu. Oh Gott. Das Spiel ist so lustig, muss ich euch sagen. Mal schauen, wie viele Runden wir heute überhaupt schaffen. Das weiß ich noch nicht. So. Ähm. Wir müssen den Zug da noch fertig bringen. Und dann sind wir ja auch schon fertig. Da ist ein grüner grüner, ähm. So. Und weg ist er und wir haben das Level geschafft. So. und schreibt mir mal in die Kommentare, ob ihr die Fähigkeiten hier unten haben wollt oder hier oben oder hier oben oder hier unten. Ähm. und ja. Und ja. Und ja. kannst du noch den ... äh. äh, Leonardo, kennst du noch den Postpotel, der destern bei uns vorbeidem ist? Ja. Ja. Ein seltsamer Kerl. Der dicke Mann mit dem roten Nase hat mir besser gefallen. Zu deiner Info, Herr Erübrigen, Herr Merck, heute habe ich ihn im Krankenhaus besucht. Herr Merck hat mir gesagt, er sei destern angriffen und beraub worden. Menschen kommen ständig in Krankenhäuser, aber du hast da in solchen Ton gesagt, denkst du, der neue Postbote sei darin irgendwie verwickelt? Er hatte gesagt, dass er mir eine Überraschung im Briefkasten hinterlassen hat. Aber er hat sich so aufträglich bei mir einladen, dass ich ihn nur mit Mühe hinaus komplett ... 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 Überraschung habe ich natürlich rein Verdächtigung. Wir sollen in den Briefkasten gucken, uff, das scheint einige Zeit in Anspruch zu nehmen. Alles klar. So, da ist leider die Fake-Camp aus der Dun, ich weiß daran nicht warum, aber spielen wir einfach mal weiter. So, erziele 27.000. 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 ... 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 Hier kommt ständig irgendwas dazu, aber ich komme hier nicht weiter nach unten, yay, welch ich das denn? Ja, sollen die auch mit nach unten, oder hä? Nein, 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 nee, noch einmal versuchen, das schaffen wir doch die Mal. So, hier müssen wir aber schneller Gas geben als vorhin. Juhu, einen haben wir schon mal. Juhu, zwei Kinder auch einmal, juhu, yay, wir haben echt raus, Leute, juhu, so, nur noch, oh, oh, yay, der kann ein bisschen, hmm, ja, wir haben es, yay, wir haben es, juhu. Weiter, juhu, juhu, so, und weiter geht es mit Level 33. 50.000 Punkte, alter Schwede, wie viel sollen es denn noch werden? Ja, oder so, die, der Herr. da ist schneller weg als wir denken können aber die wir schaffen wir doch so nicht so dann einfach wo ich sagen so geht es auch so geht es so soll man echt machen so oder so und da ist der letzte ok nie wir brauchen dann noch eine lupe nur noch viel zu wieder hilfe da war ich eigentlich immer sehr denn damals gespielt habe 80 tagen um die welt daher habe ich ja auch alles hier auch mein kanal könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen das geht doch alles nicht nee das geht doch alles nicht so wie so wie leider verloren so noch eine runde und wenn wir echt nicht schaffen würde ich mich verabschieden ok so 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 sie so 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 Leute, wir haben es, juhu, oh, opa, 80 Taun, wow, ja, Leute, Leute, wie es dann überhaupt weitergeht mit Mysterylos, das erfahrt ihr bei der nächsten Folge hier bei Mysterylos und die nächste Folge ist in circa einem Monat, ihr könnt auch gerne auf meine Sendezeiten Plan klicken, die findet ihr unter meinem Video oder bei den normalen YouTube Kanälen ist das hier ja abgebildet, ähm, wir haben ja am, ähm, 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 am 29.10.2019 gebe ich dann die siebte Folge und am 31.10.2019 werde ich für euch live stehen mit Halloween, so, und damit noch einen wunderschönen guten Tag, bis bald mal hier auf meinem Kanal, tschüss.